Heute habe ich etwas für alle Naturfreunde unter euch. Eine Yin-Yoga inspirierte Einheit, die eure Energiepunkte massiert, euch entspannt und neue Kraft schenkt. Es ist eine stille Yoga Einheit. Das heißt, du hörst weder Anweisungen noch Musik, nur die Geräusche der Natur. Deswegen habe ich hier noch ein paar Hinweise für dich. Die Asanas, also Übungen, werden jeweils ein bis drei Minuten gehalten. Jeweils am Anfang und Ende der Asana ertönt dieses kleine Glöckchen. Während du in den Übungen bist, lasse deinen Atem ruhig und langsam fließen. Dann lass uns beginnen. Hauptoptimat und losgeitert. Eind lien ab. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020